Wir sind alle von uns zutiefst betroffen. Die Freisetzung des Parasiten war unerwartet, unglücklich, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Tatsächlich ist das Grund zur Freude. Ein Moment, den die ganze Allianz feiern sollte. Denn das heilige Symbol ist gefunden. Mit ihm ist der Weg frei. Unser Eintritt in die Göttlichkeit garantiert. Die große Reise naht und nichts, nicht einmal die Flut, kann sie verhindern. Bö. Tötet den Dämon! Verteilt sie einen Pro Phantom. Die Hoffnung der gesamten Allianz ruht auf Ihren Schultern, Häuptling. Mein Glaube ist stark. Ich werde nicht versagen. Zwecklos! Die große Reise wartet auf niemanden, Bruder. Nicht mal auf dich. Dem Ohren trabajar�데ioul, dein Päd Quốc auf Ihren Schultern. Sitiaos darf man sich, als obz Kalko an idolszen,ischufst. Oh,world singen, Antworten Sie ein Kind! Für mich zu kommen. Wilder sch Bei den Ringen. Gebieter. Die Räte sind sie… Ermordet von den Brutes. Diese treulosen Bestien. Die Propheten hätten ihnen nie trauen dürfen. Diese sind eine Rage zu haben. Die Rage. Die Rage. Dennoch sind sie nicht. Nein. Ihr Kumpel, wo will er hin? Zur Erde, um zu beenden, was wir begannen. Und diesmal bleibt keiner von euch zurück. Dieses Gebäude in der Stadtmitte ist ein Blutsväterschiff und Wahrheit ist dahin unterwegs. Wenn er die Allianzflotte zur Erde führt, hat sie keine Chance. Sie müssen ihn stoppen. Dieser Brute hat den Index und Miranda und Johnson. Er kann den Ring aktivieren. Tut er es, sprenge ich den Reaktor, der in Ember klett wie bei der Autumn. Die Wucht zerstört die Stadt und den Ring. Nicht gerade originell, aber wir wissen, dass es klappt. Nein, ich will keine Fernzündung riskieren. Ich muss hier bleiben. Chief, wenn Sie aufbrechen, fehlt mir. Wenn ich mit Wahrheit fertig bin. Keine Versprechungen, bitte. Wenn Sie sie nicht halten können. Wo sind wir hier? Wo die Räte die Weihe des Symbols sehen sollten. Den Beginn der großen Reise. Noch kann man das Bede des Schüttes verhindern. Ich muss da rein. Dann mal aufsitzen, Gebäter. Ich weiß, wie wir durch die Türen kommen. Hören Sie, Sie mögen mich nicht und ich mag Sie erst recht nicht. Aber wenn wir nichts unternehmen, wird Mohawk diesen Ring aktivieren. Dann werden wir alle sterben. Tartarus hat sich im Kontrollraum eingeschlossen. Tja, ich habe zufällig einen Schlüssel dabei. Losdorf, schnappen Sie sich einen Banshee und geben Sie mir Deckung. Er weiß sicher, dass wir kommen. Komm, Mensch. Es ist leicht. Nimm das Symbol in deine Hand. Und tu, was man dir sagt. Bitte, vorsichtig. Dieser Reclaimer ist empfindlich. Noch ein Wort, Orakel, dann reiß ich dir die Augen aus. Was nichts im Vergleich zu dem ist, was sie erwartet. Tartarus, aufhören. Unmöglich. Legen Sie es hin. Hinlegen und die Hierarchen verraten? Es gibt Dinge an Halo, die nicht einmal die Hierarchen verstehen. Vorsicht, Gebäter. Was Sie sagen, ist Ketzerei. Wirklich? Orakel, was ist Halos Zweck? In Ihrer Gesamtheit sind Sie... Kein Wort mehr. Bitte. Nicht die Glühbirne erschüttern. Wenn Sie Ihr Gehirn behalten wollen, sagen Sie denen, Sie sollen die Füße stillhalten. Bitte sehr. Sie sind dran. Die Heiligen Ringe. Was sind sie? Ultimative Waffen, gebaut von den Blutsvätern, um potenzielle Flattfeinde zu eliminieren und zu harmlosen Parasiten zu machen. Und jene, die die Ringe fertigten? Was geschah mit den Blutsvätern? Als alle taktischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, aktivierten Sie die Ringe. Sie und jegliches intelligente Leben, drei Radii vom galaktischen Zentrum entfernt, sterben. Wie geplant. Möchten Sie die relevanten Daten sehen? Tartarus. Die Propheten haben uns verraten. Nein, Gebäter. Die große Reise hat begonnen. Und die Brutes, nicht die Eliten, werden die Propheten eskortieren. Die Propheten haben uns verraten. Die Propheten haben uns verraten. Was ist das? Ein Signal. Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenzform. Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abscheidung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hört zu, Blechdose. Mach mich nicht! Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Arche natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Wir haben neuen Kontakt, unbekannter Klassifikation. Das ist keiner von uns, Feuer frei. Hier ist Spartan 117. Kann mich jemand hören? Over. Signal isolieren. Master Chief, würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stille erfüllt das leere Grab. Fort bin ich getragen. Mein Geist findet keine Ruhe. Es gibt noch so viele Fragen. Ich werde fragen und Sie antworten. Na gut. Fragen Sie. Wie olur. Okay. Wenn sie nicht... Du kannst.